Bella Ballasch, des Morgens im Bett. Es fängt schon im Bett an. Und das macht den ganzen Urlaub aus. Sonst ist man ja auch über den Sonntag ins Freie hinausgefahren. Aber da hat man sich ernst angekleidet, ausgerüstet und hat dann noch die ganze tragische Distanz, die den modernen Stadtmenschen von der Natur trennt, auf Straßen und Eisenbahnen vielfach erlebt. Und hat man sich nachher auch in das wildeste Dickicht geschlagen, so war man doch von auswärts hingekommen, nur auf Besuch, ein Zugereister. Das hat einem die Distanz um den Leib gegürtet. Vergeblich war es, sich mit dem Gesicht ins Moos zu vergraben. Man blieb auch im Walde ein Fremdling. Hier auf dem Lande ist es anders. Hier muss ich nicht erst in den Wald hinausfahren. Der Wald kommt zu mir, durchs Fenster herein. Schon im Bett fängt es an. Ich schlage nur die Augen auf und sehe ein Eichkätzchen auf einem Tannenbaum. Die Sonne scheint mir unter die Decke. Ich gehe barfuß im Pyjama auf dem Balkon und bin schon im Wald. Nicht hingefahren, sondern hineinerwacht. Ja, gerade das, barfuß im Pyjama in den Wald hinauszutreten, gerade das ergibt jene Intimität des bei sich Zuhause seins. So ist man ein Zuständiger geworden. Wir Bäume und sonstigen Waldwesen sind unter uns und genieren uns nicht voreinander. Der Wald sieht auch bestimmt anders aus. Es gibt da einen kaum beschreibbaren Ort. Wenn der Sonntagsausflügler als fremder Besucher kommt, so hat der Wald sein steifes, zugeknöpftes Empfangskleid an. Das ist nicht zu sehen, aber jeder muss es fühlen. Wenn man aber frühmorgens von seinem Bett aus das Eichkätzchen auf dem Tannenbaum sieht, dann fühlt man den Wald im Negligé. Man fühlt, dass man die Natur unversehens ertappt hat. Man fühlt die fast erotische Erregung einer Heimlichkeit. Ja, dass es schon morgens im Bett anfängt, das macht den ganzen Unterschied aus. Wer aber einmal ganz auf die andere Seite hinübergehen will, der soll draußen im Walde schlafen. Man erwacht in der Nacht. Das dürre Laub knistert unter dem Kopf, wie wenn der Bettgenosse sich im Schlafe regte. Man liegt unter dichtem schwarzem Geäst, wie tief in einer unterirdischen Grotte. Tastend, suchend greift ein unsichtbarer Zweig einem ins Haar. Ein seltsam kühler Luftzug schlägt wie der Atem eines Nahen ins Gesicht. Und ganz ferne, hinter den Bäumen, sieht man ein Licht. Dort ist das Reich der Menschen. Man richtet sich auf und schaut dort hinüber und fühlt für einen Moment. So schaut der Wolf aus dem Gebüsch ins Dorf. Und eine unbegreifbare, unheimliche Wehmut krampft das Herz zusammen. Jetzt ist man der Renegat und schaut vom anderen Ufer in das verlassene Reich der Menschen hinüber. Und dann ist man der Renegat und sagt, es ist ein Schlafen, ein Schlafen, ein Schlafen, ein Schlafen und ein Schlafen.